Hallo Leute ich bin es mal wieder euer River und wir spielen Flow Ship. Ja beim letzten Mal ist einiges schief gegangen. Gott sei Dank ging alles gut für mich. Na ja, müssen wir nicht drüber reden. Schuhe. Na ja, hat ein bisschen was. Ja ich bin ein bisschen verletzt. Das hoffentlich hindert mich nicht daran das noch gut zu machen. Ich hab doch hier irgendwo... Ich wollte jetzt eigentlich wieder so einen Rüstungsständer bauen, aber... Ähm... Na? Na jetzt. Hm... Okay, der nennt sich so... Ach den wird ja noch Holz. Versteht schon. Ähm, ich wundere mich jetzt, dass das so gemacht wird. So, drei, vier. Habe ich das nicht so gebaut? Oh. Ach ja, wegen dem Boden sicherlich. Oh, das leckt ein bisschen gerade auch heute. Okay, mal sehen. Hose anziehen. Immer noch eine Hose. Oh, nee, das ist ja nicht. Oh, das ist nicht der Hose. Hm. Warum muss der? Nee. Na okay, dann bauen wir uns halt eine Rüstung, äh, eine Kiste, wo wir alles reintun. Ähm, kann ich jetzt noch was an? Ja. Tauschen wir mal eben aus. Ähm, Tisch. Ähm, was habe ich denn an? Halt, Kartoffeln. Was cool ist das? Äh, um Lohnkappen. Ah, ich bin ich, ich bin ich, ich bin ich mal. Äh, Kartoffeln kommt hier zurück. Ich schimpfe mir, ich noch, ja. Ah, der fliegt, der macht doch Fisch. Ähm. So. Jetzt weiß ich ja natürlich, ist es dunkel oder nicht? Ob jetzt so ein Aufgang oder Unterlegung ist. Naja, das sieht gut aus. Können wir jetzt noch ein bisschen Acker betreiben. Ja, da muss Mario eine Menge gemacht werden. Ähm. Machen wir später. Erstmal wieder richtig hinsetzen hier. Man versinkt dann doch schon ziemlich schnell und sehr tief. Ähm. Fuck, dann nehmen wir mal mit. Hätte ich denn nochmal auch mit? Habe ich doch Diamanten eigentlich? Tür zu. Was war das denn eben? Habe ich noch Diamanten, ist jetzt die Frage. Ah, okay. Ach, naja, okay. Dann muss ich los. So, na, Standard. Wollte ich hier? Ich hasse sowas, ich will nicht, ich will nicht ins Nähte. Ich hasse das Nähte. Ganz ehrlich. Manchmal sind die Kinder noch zu stärker. Ja, ja, aber der Robber kriegt nicht mal die Aquamänner da zusammen. Aber wir werden mal sehen. Vielleicht, äh. Okay, wir nehmen mal was anderes. Das glaube ich nämlich weiß, wovon das lag, dass ich die ganze Zeit hier so einen Boom mache. Ähm. Ja, das sieht dann noch aus und es wird auch das werden. Hatte ich eigentlich auf hell gestellt. Grafik einstellen. Ja, hatte ich. Klasse von vorn aus, ja. So, na, das war es schon wieder, hätte ich fast gesagt. Nee, nee, das ist, hoffentlich wird es das nicht. Aber ich will das eigentlich, muss ich schon mal loswerden. Hops. Ähm, ja, die 12. Wo haben wir denn? Ähm. Wieder zurück zur Kiste. Äh, den brauche ich nicht, den brauche ich, den brauche ich, den brauche ich nicht, den brauche ich nicht, den brauche ich nicht, den brauche ich nicht. Wenn wir hier noch haben, ja, wenn wir schon Fisch haben, ne, dann können wir das auch einsetzen. Hm, ja, da hat kann noch was sein. Das kann raus, das kann raus. Äh, das kann raus, das kann raus, das ist voll. Äh, die ist das auch voll. Gut, dann nimmt das raus, das rein und ich packen wir dorthin. Später. Äh, so. Hm. Kleine Monster hier, oh. So, dann packen wir ihn dort rein. Aluminium schon fertig, eh, bestimmt. Und das war's auch schon, ähm, ja, irgendwer hat die Kupferbären weggeschmissen. Wer war dat? Wer war dat schon wieder hier? Ähm, ja, leider da. Ja, jetzt aber. Ich will, ich will heute noch weg hier. Einen Moment kurz, ganz kurz. So. Das musste sein. Ich glaub's ja nicht, ey, die wachsen aber auch schnell. So, mal sehen, ob ich noch ein paar vielleicht Eisenbären oder sowas finde. Ja, hier nehmen wir unsere, die, unsere allgemeine Höhe hier nochmal. Ja, hier nehmen wir unsere, die, unsere allgemeine Höhe hier nochmal. Hm. Ja, das ist, äh, komische Drache da, ist, komische japanische Drache. Boah, der hat mich aufgeregt. Der hat mich aufgeregt, sag ich euch. Das Schlimme ist, selbst wenn du auf friedlich stellst, kriegst du den nicht platt. Das ist so das Komische dabei. Du stellst auf friedlich, denkst dir, da kann nix mal passieren. Und auf einmal steht das Vieh immer noch vor dir und springt dich weg. Und du bist da irgendwie in ein Game-Mode oder sonst was. Oh. Meine Güle. Positiv oder negativ gesehen? Hm. Na? Ja, obwohl wir es ein bisschen verletzen, hat sich die Hand etwas gestaucht, gequetscht. Ich hoffe, das geht schon so. Bestimmt. Muss ja irgendwie. Ich meine echt, meine ganzen Terme dafür überhaupt wird hier sehen. Ich glaube, ich brauche eine Moskite gegen den Drachen. Aber vorher wäre ja natürlich nicht schlecht. So viel Produkt brauche ich eben nur, wie heißt es hier, ein bisschen Kohle zu schmeißen. Ähm. So viel Marmel brauche ich nur noch, wie heißt es hier, ich habe eine Aluminium-Immunität. Ja, ich habe eine Aluminium-Immunität. Und... Ich habe eine Aluminium-Immunität. Ich habe eine Aluminium-Immunität. Und dann... Da drehst du dich einmal um. Denkst du ja jetzt, ja es ist ja jetzt alles vorbei und dann, wie würdest du dich einen guter Platz anbieten um eine Schienenmutter zu bauen? Das war Solomit oder wie hieß das, Solomi, Venturi, Vintoy, im Ernst, vielleicht kann ich da was Waffen basteln, das einzige was ich gerade machen kann, ist Waffen basteln, naja, ja, ich brauch hier unbedingt, genau, Halleluja, Halleluja, oh, Geld, das war es aber schon wieder und weiter gehts. Ich hoffe es gibt irgendwo auch das Markt, weil wenn die Tüten da auch kaufen. Wir bauen einfach so lange, bis die Steinachs kaputt, äh Steinachs, genau, hallo Steinachs, du bist ziemlich eisern heute, ne, bis die Eisen Spitzhacke hier den Geist aufgeht, naja, und dadurch, dass ich ihn nun nicht gerade gerade baue. Was ist das denn heute? Ja, dann machst du einmal ein kleines Update, ne, und dann... Ich weiß auch schon wie wir das machen, wir werden das dann mit der anderen Spitzhacke dann in die Kurve bauen und dann langsam versuchen zurück zu gehen. Wenn's nicht klappt, dann haben wir weggebrochen. Ich glaub zwei wär das beste, wenn wir mit zwei arbeiten würden. Ich würd ja echt lachen, wenn der Drache auch noch hier runter kommen würde, ne. Das wird, das wär denn so... Oh, oh... Oh, malle... Ich fühl ein bisschen... Der crept. Oh, oben auch noch was. Ist doch noch... Das war's. Ja, und jetzt müssen wir uns von hier aus, 1, 2, 3 und wieder zurück. Ja, das nenn ich doch mal erfolgreich. Na ja, jetzt kommt es, dass ich mich vorhin an einem Mob Spawner vorbeigehabelt hab, ne, das wird mich sooo was von reizen. Negativ gemeint natürlich, muss ich nicht haben, ganz ehrlich, wer ist noch an einem Mob Spawner? Äh, ich will einfach nur ganz friedlich bauen. Naja, kämen wir uns da gerne zu, ne. Naja, fast wie im Wahrleben. Na. Boah, ich mag. So, ähm. Ja, Kohle ist immer gut. Hm. Äh, na komm schon, Kohle. Ich wüsste viel, was dieses AW-Crafting ist, ey. Ich bitte, ich bin hier, weil ich nicht die ganze Zeit nach oben geguckt hab, mehreren Erzen vorbeigelaufen. Auf der einen Seite gab's noch Eisen, hier gibt's noch Kohle. Naja, aber jeder was er wert ist. Jeder Gang, was er wert ist. Ähm. Also ich hab gut Eisen eingesammelt, also dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Dafür hat sich dieser Weg gelohnt. Ich bin ganz rechts reingegangen, äh, na ganz links in dem Fall. Na, gucken wir mal nach. Ja, auf der anderen Seite war mehr. Oh. Glückwunsch. Ah, jetzt sind wir schon wieder dort, wo der Keys anfängt. Ja, noch mehr Keys. Noch mehr Keys. Noch mehr Keys. Ah, jetzt hab ich mit so viel Keys. Ah, anscheinend hat's jetzt aufgeregt. Hoffe ich mal. Nein, mh, alles cool. Los geht's. Marble. Marmor. Eisen, das gefällt mir. Endlich mal was Richtiges. Naja, man weiß schon. So, das kommt raus, das kommt rein. Schon mal wenn ich versucht mit kaputten Bomben da umzuspielen, ne, und da die Leer-Taste Moooooo. So, jetzt juckt es auch noch sehr schön. Genau. Ah, noch keine Arbeit, da muss man noch ein bisschen was essen. Perfekt. Gut, dass die Hütte, äh, das Loch nicht im Haus ist. Na, sowas. Naja, wegen so brauche ich keine Angst haben, wegen Animal. Ja, irgendwas liegt da noch drin. Ähm. Genau. Eisen. Apropos Eisen. Oh, 100 Marke. Ein Sattel. Fisch. Und Fisch. Doktor, ich hab ja nicht mal, ich hab ja nicht mal Schweine hier. Äh. Äh. Oh, irgendwer hat schon wieder die Tür aufgelassen. Ähm. Neues Buch, ähm. Ah, komm. Eins. Wasser Life 478 plus 3 Holzkuhle. Mal ein bisschen hier so Tieren hier. Ähm, die können raus. Hm, okay, alles klar. Ich brauche eine Kiste für Steine. Ähm, da, eine Doppelkiste. Ja. Ja brauche ich. Gute Frage, wo stellt man sie jetzt nächstes hin? Hm, nein. Pflastersteine und Kies und Erde kommt da rein. Pflastersteine. Kann man das sortieren? Nein, komm, die sortieren. Schade. Ja. 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 Ja, komm, da denn. Komm, komm, komm. Ja, komm. Oh ja, immer diese Kleinigkeiten. Oh ja, ich wird da rein genießen. Du findest den müssen ja schwer machen. So, ähm. Ach, du kommst noch mal rein. Warum? Weil ich es kann. Nein, nein, nein. Da krieg ich noch ein Fluss. Mal warten. Und die nächste Fülle. Sehr schön. Oh ja, wie. Oh, was? Da hab ich schon eine. Hätte ja zufällig sein können, dass man doch eine findet. Oh, das geht doch ordentlich hier. Oh, schau. Guckst du einmal rein? Das müsste es dann auch für gewesen sein. Ja genau. Das ist ja auch so. Okay. So, und jetzt noch das Album. Fällt mich, wenn man damals einen Namen bekommt. Das ist ja echt. Welches Lateinischen Ableitung? Boten, Namensschild, Haken. Hm, also. So. Nicht lang fackeln. Gleich weiter geht's. Oder? Okay. Und dieses Mal gehen wir andersrum. Hätte man wenigstens eine Schaufel mitnehmen können, ja. Ne, ich geh nicht hier durch. Ja super, jetzt hast du dich zweimal gedreht und ein bisschen trotzdem in die falsche Richtung gelaufen. Hm. Passiert. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Also langsam, sag mal ne, ne. Stopp. Eins, zwei, drei, hier muss lang. Ja. Gefällt mir. Vielleicht mal wieder ein paar Diamanten finden, ne? Hm, das geht schnell, genau deswegen brauche ich Diamanten wieder. Äh, äh, äh. Schon mal versucht, ohne Daumen leer das so zu drücken, ja? Und dabei trotzdem mit den anderen Händen dann die Finger... ...dann alles dazu zu lassen. Oh, das tut weh. Ah, naja, Küchen. Erfahrung... so. Durch Erde. Ja, es ist so, man könnte hier Erfahrung durch Erde mal einfügen. Ne, oh Gott, das ist so viel Erde, wie es hier auf der Welt kippt. Ja, der, der, der... das passen wir hier absolut nicht. So. So. Auf jeden Fall haben wir genug Erde. Hm. Dann darf man nichts, äh, und genug Steine fallen. Ah, siehst du, hier ist es hier. Weiter geht's. Vorhin hatte ich Angst gehabt, ich hätte hier nicht genug Eisen. Jetzt frage ich mich, hast du überhaupt noch genug Diamanten? Ich muss gleich mal wieder runter gehen. Wozu ist dieses Herz gut, wenn man nicht da mit Kies kloppen? So, kommt weiter Kies kloppen. Heißt die noch Kies? Ja, das heißt wirklich noch Kies, ja. Ja, die bilden sich immer neuen Namen. Bruchstein. So. Einschmelzen oder nicht? Nicht. Ich vermisse die Zeit, wo das mit, äh, wo ich noch rausgekriegt habe, wie die Karte funktioniert. So. Jetzt gucken wir mal kurz, wie tief sind wir denn jetzt eigentlich? Gehe 14. Ja, das sollte reichen. Oh. Ich wette mit dir. Ja. So. Genau. Erstmal zumachen. Äh, nein, ähm, 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 ähm. Genau. Wasser abstellen hier. Und, ähm, da hab ich durchstecken. Redstone, Power. Schön in der Aufnahme heute mal Glück gehabt zu haben. Geh reich schon mal. Redstone. Und anscheinend noch nicht. Ja, das ist über 2, Lauersehen. Okay, das war der erste. Ich hab mir ein Einmal nicht nehmen sollen. Ich hab mich jetzt. Höhe 8, das ist jetzt ja. Nein! Redstone. Redstone, 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 Redstone. Wird ja alles für'n Apfel, ein paar Apfel tun, ne? Irgendwas ist heute falsch. Hier ist leckend und leckend. So, ich bin eben. Ich bin eben. Ich bin jetzt. Nein, ich bleibe auf der Höhe. Was ist hier denn nicht passiert? War ich hier schon mal? Schaut mal so aus, ne? Ähm. Ja, geh mal hier auf. Also hier war ich noch nicht, aber. Ähm. So. Ähm. Diamantus, wo seid ihr? So. Diamantus, wo seid ihr? So. 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 Okay, hier drüber. Ah, hier geht's drüber runter. Und dann auch wieder noch rauszufinden. Also langsam bin ich schon wieder gesättigt von Minen. Hab vielleicht noch n bisschen diamanten待 натkel. Och ne. Ne. Och ne. Kann es doch jetzt nicht schon sein hier. Ich ignoriere das jetzt. Bin da jetzt konsequent. Mit ne Festgebote. Nö. Ich gehe schon schräg, wenn du fliegen, ob wir in einer fliehen muss. Du bist ein Zinnbusch. Ne, ich nehme die Preise nicht an. Ich nehme das noch, dass es nur Englisch ist. Ich nehme das noch. Ich nehme das noch, dass es nur Englisch ist. Ach nö. Naja, okay. Ich kann es ja jetzt sagen. Ich vermute mal hier ist das Ende. Also Ende Ende. Also nicht Ende, sondern das Ende. Ich gehe da nicht hin. 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 So, ich bin von dort gekommen. Wäre ich hier schon dran? Ja. Was ist ruhig hier? Hm. Das blockiert mir natürlich gleich ein Großteil meines Weges. Das Ding ist aber auch anscheinend verdammt groß ey. Gehe da aber nicht rein. Kann ich vergessen. Nein. Ich habe ein bisschen an zu lecken hier. Ah, siehst du? Diamantos. Diamantos. Oh, zwei Diamanten. Ja, ist klar. Hä? Hätte ich das gleich ein bisschen nicht auf der anderen Seite gerade? Ah, auch was anderes. Ich buddle mich jetzt dran vorbei. Ah. 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 Na komm, ich will durch. Weißt du was? Und was anderes. Siehst du? Und dort ist die Burg. Da kann ich noch helfen. Äh. Uninteressant. 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 Ah. Das Sternsetting kann ich gut nehmen. Strip-Mining hat immer ab und zu auch seine Vorteile. Ah, jetzt nicht. Oh. Ah. Und dann. Ah. Und dann. Ah. Oh. Ah. 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 Ich hätte noch ein bisschen Spitzhacken mitnehmen sollen. Einfach nur weil ich es kann. Gold, ich habe schon lange kein Gold mehr gesehen. Wenn ihr sie jetzt bewegt, habe ich Pech. Es sah wirklich aus wie ein Typ. Aber er hat sich nicht bewegt. Wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen. Okay, gut. Oh, hier geht es noch tiefer hin, kann ich nicht mehr auf. Ich dachte echt, das wäre so ein Zwerg oder so. Gibt es ja auch hier so eine Art, naja, nehmen wir so Zwerge. Ähm, so. Bevor ich nie wieder den Weg zurückfinde. Ja genau, hier muss ich lernen. Ich muss mich ein bisschen lenken. So. So. Hier schon bin ich gegangen. Alles mal offen. Fertig dann doch nochmal. So, ich muss mich trotzdem irgendwie dann dorthin lenken. So. Und hier ist eben Lava. Na ja, besser. Der Ofen hat gleich richtig viel zu tun. Diamante Haus. Diamante Haus. Da sind meine drei Diamanten. Boah. Ah, soll jetzt mal irgendwo stehen hier. Ein Diamanten. Zwei Diamanten. Drei Diamanten. Wir möchten nicht wissen, wie es hier in der Möglichkeit aussieht hier. Sechs Diamanten jetzt schon. Ich meine, es ist hier, ich kenne, was es hier gibt. Level 22. Oh, Eisen, 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 mein Eisen, mein Eisen. So, jetzt habe ich auf jeden Fall genug, dass ich erstmal nicht mehr Minen brauche. Das ist vor allem was Eisen und Gold, äh, was zu ändern, sagen wir mal lieber was Eisen anbelangt. Ich bin hier aber irgendwie gerade durchgekommen, ne? Also da. Okay, das Wasser wird eine natürliche Grenze zeigen. Ah, einen Moment. Den häng ich gerade irgendwo fest. So, jetzt habe ich jetzt wieder so viel. Und ich weiß nicht, wofür ich es einsetzen soll. Runter. Ähm. Ja, genau. Du hast das. Der Sack ist da. Genau. Eigentlich war geradeaus. Genau. Eigentlich war ich geradeaus. Ja, nur. Nur. Nur, nur, nur. Da wollte ich bloß ein bisschen. Ein bisschen wenigstens. Na komm, bloß ein Fisch, bloß ein Fisch. Stopp. Einnehmen. Mitnehmen. 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 Bauen. Wie viele Pflanzen habe ich jetzt eigentlich? Zwei neue. Genau. Das wäre die erste Pflanze. Und noch die zweite. Und. So sieht es wieder raus hier. So. So. So ruhig. Das ist Aluminium. So. Das wird viel Eisen wieder werden. Eine Eisenpflanze wäre vielleicht nicht ganz ohne. Ja. Ein Schokobo. Ein Schokobo. Ein Schokobo. Naja, man kann es nicht lesen, aber ich hoffe doch. Na komm, gib mir das Eisen. Morgen. 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 Ah. Tut mir leid, aber manchmal ist das halt auch wichtig. dauert aber lange. Muss ich ja sagen. Und die nächsten 18 Eisen. Mhm. Ich hab nie ver languanti, denen ich dieses Aufmerksam für Menschen eine große stärkste Reihe schreben. Also hier auch ein bisschen. Ich hab mich noch nie in dir gesehen. Ich hab mich noch nicht angefangenll. viel was ich lange situated. Ja, ich hab mich ghaftiert. Es gibt auch immer als Tad 것을 betwenden. Ach, den zweiten krieg ich auch noch voll. Na komm. Na, nun komm. So gut aus. Ähm. Total uncool gerade. Also was lernen wir daraus? Nicht reinspringen. Na komm. Was haben wir da noch zu zuschmelzen? Gold hätten wir da. Habe ich irgendwo gold? Sind ja nur drei. Ah doch da. So, von Staffel steht da hinten steht da nichts. Ach, wie gern bin ich jetzt ne Biene oder so. Dann würd ich mal kurz Zaun anmachen und die ganze Zeit... Bis... Ähm, anmachen. Bis... Das war wieder erfolgreich. Damit kann man auf JEDEN FALL bis anfangen. Und 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 und? Wird... ja? Juhu... Natürlich habe ich dann kein Gold. Im Vormund spricht man nicht. Ähm... Aluminium? Aluminium? Oh, dass ich so viel Lava noch da unten hatte. Noch mal gucken, wie lange Lava die ich jetzt... die ich googelt habe damals noch reicht. Eine Eisenachs für die Bäume wäre vielleicht nicht schlecht. Hm... was? Okay, das Aluminium reicht noch nicht. Ja, dann würde ich erstmal sagen, beenden wir das für heute erstmal. Na? Bis dahin... Einen schönen Tag noch. Ciao! Ciao! Ciao!